Warte mal, was ist... Nochmal zurück, was ist das für ein Kopf oder für eine Tasche? Was ist das, was ist das, wa? Tasche. Tasche. Finger weg! Verdammt! Warum eigentlich nicht? Achso, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Seht her, ich hab mir ne Fahne umgehängt und bin jetzt ein Lord. Idiot. Oh ja. Was soll man da sagen? Ei, 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 jetzt müssen wir die Aufstiegscodes ändern, dann kommt er nicht mehr runter. Sicherungsschalter. nicht nötig das passwort ist rufus ja aber die organons würden mich sehen der lampenschirm sieht aus wie der tragen dieses idioten und die flagge wie sein cape wenn ich nur an den schirm ran käme ich kann nicht näher ran die organons würden mich sehen die organons das ist nicht der schwen überhaupt das ist nicht glaubt das gekautes kaugummi kieselstein ich kann die ordnung das geschoss habe ich fehlt nur noch die schusswaffe so wenn etwas auf die fünf brett jetzt ist wenn etwas fünften ist komisch das war da ist doch was verdammt schnell wie kommen wir dadurch es gibt hier eben gar nichts die taschenlampe das kaugummi kieselstein wenn etwas fünf so wie soll man sich dein wenn ich anfange meinen kram wenn ich anfang die wohl dass die die wohl da kaugummiese kaugummi ich habe das wenn er fünf ich brauche ich bin ich wenn ich anfange das ist die andere frage sie schimmert leicht im dunkeln was du okay das leuchtet nix so stock alles klar ich habe die stöcke ausgetauscht wenn er fünf wenn ich an wenn ich an dieses rät dieses wenn er fünf die wurde die kommen mit der wir müssen doch hier schnörkel die 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 dieses rät ich könnte kein schlechter einfall aber ich warte mal die 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 schusswaffe ja jetzt aber sagt und zack munition check sagt und zack alle mann auf gefechtsstation nur die ruhe argus wir sind hier auf einem müllplaneten mich überrascht er dass die lampe nicht schon viel früher explodiert ist genau wie es dieser ganze planet endlich tun sollte und jetzt bitte weitermachen so dann können wir so vorbeilaufen ich kann nicht näher ran die organons würden würden dich sehen die flagge ich kann das ist nicht wenn über wenn etwas 5 dieses dieses wenn etwas auf 5 ich bevorzug wenn etwas auf die flagge kommt dann mein logo 5 brennende feuerwerkskörper und in der mitte ein stock wenn lager 5 brennt komm leck mich doch am arsch ich brauche kein ich auch hey wo ist mein eimer ich kann nicht mir ordn ich brauche kein ich ordner lampenschirm habe ich mir dieses rätsel zusammen mit dem lampenschirm sieht die flagge aus wie der umhang von diesem klitz fehlt nur noch die schleimige frisur das sieht klitz ist frisur zum verwechseln ähnlich meine verkleidung ist fast fertig fehlt nur noch die fettige frisur das wird noch cooler als meine alte lampenschirm nummer na dann ziehen wir es mal aus so genial und auf geht's diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen halt wer da ich bin es nur klietes wollten sie nicht auf der plattform warten ich dachte ich vertrete mir mal die füße von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen irgendwie gefällt mir ihre haltung nicht dabei mache ich täglich zwei sit-ups ich hoffe sie haben unsere vereinbarung nicht vergessen ja wie könnte ich haben sie denn die datacette bereit? ja und wo ist sie? ach ich schussel ich habe sie wohl auf der plattform liegen lassen beeilen sie sich man uns läuft die zeit davon ja das müssten wir irgendwie K.O. bekommen oder wieder was oh oh noch nicht es fehlt noch ein ganz entscheidendes element damit wirklich alle auf mein raffiniertes kostüm reinfallen dunkelheit so wir vergiften ihn mal das ist nicht goal mein Fehler das ist nicht goal mein Fehler das ist mein Fehler die organons erzählten etwas von einer back up data sette das hat dich nicht zu interessieren du bringst mir goal und ich nehme dich mit nach elysium mehr haben wir nicht vereinbart wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere poesie alben nein ich brauche die back up data sette da muss ich dich enttäuschen die hilft nicht gegen mangelnde hirn kapazität ich brauche sie trotzdem und wozu wenn ich fragen darf ohne die data sette komme ich nicht an den organons vorbei das ist ja wohl dein problem hör mal russschmutz rufus mir ist es doch egal wer goal zu mir bringt wenn du es nicht schaffst dann schaffen es die organons mit sicherheit aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit oder verzieh dich goal ist bewusstlos was hast du getan ist dir implantat beschädigt keine sorge es geht dir gut ja okay super aber das implantat ist das implantat noch intakt ich glaube schon was heißt das du glaubst ohne goals implantat werde ich der pony ja nie verlassen können dann gib mir diese verdammte data sette damit ich sie endlich aufwecken kann ja okay fein ja hier hast du die data sette aber wenn sie wach ist bringst du sie unverzüglich hierher ist das klar und gnade dir gott wenn das implantat beschädigt ist du liebst sie wirklich oder so so na dann genial und auf geht's diesmal habe ich mich ich bin es nur klietes klietes und was und die data sette haben sie sie gefunden na klar hier ist sie doch keine panik wo ich kann kaum was erkennen und überhaupt was lungern sie eigentlich so im schatten herum kommen sie hermann damit ich sie sehen kann aber aber amtmann seien sie doch bitte etwas höflicher sie vergessen dass wir alle für dasselbe ziel arbeiten lassen sie dem botschafter passieren je schneller er diesen rufus und damit die aufstiegscodes gefunden hat umso schneller können wir mit unserer mission fortfahren jawohl ich glaube dass der herr botschafter den ernst der lage sehr wohl verstanden hat er ist sich sicher bewusst dass er nur diese eine chance hat die aufstiegscodes wieder zu beschaffen und dass wir anschließend unsere eigenen methoden einsetzen werden das stimmt doch herr botschafter oder natürlich das war brenzlig ich glaube ich kann das kostüm jetzt hier lassen ich bezweifle ohnehin dass sie noch mal drauf reinfallen ich nehme es aber nein ok sie ist verschwunden was war denn hier los ob sie von den organons erwischt wurde das kann nicht sein das hätten sie erwähnt aber wer sollte sie sonst versteckt haben ich muss sie unbedingt finden und das bevor dieser argus es tut vielleicht finde ich irgendwelche spuren was ist hier passiert zum glück beleuchten die lampen den phosphor im dunkeln hätte ich die spur nicht mal mit sonar ortung gesehen ok dann gibt es noch eine möglichkeit wo sie sein kann nimmt ich habe auf der perspektiv verkauft die sparen wo ist die sparen Das soll Go aber ihre Wichtigse ich. Ja, aber hä? Wir brauchen unbedingt, denke ich, noch mal... Nein, hier! Unbedingt noch mal das innen, denke ich. Also bitte ich... Ja, das steht ja aufgehalten. Ähm... Jetzt! So... Zack! Sehr schön! Und... So! Verdammt! Mann, scheiße! Wo ist sie hin? Ehm... Nur Wasser... Ich spare mir meine Till... Ich... 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 Ich spare mir meine Toiletischen Kräfte, die wir für später auf. Ja, 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 keine Lelle schon. Was soll man denn sonst sagen? Ich spare. Geht mir das auf den Sack. Ich spare mir. Ich. Haken. Ich. Einen Schritt näher und ich erspare. Ich spare mir. Ich spare. Ich spare. Ich spare. Ähm, sie ist weg. Sie ist weg. Mein Kämpferkodex verbietet. Ich tu den. Ja, aber wo soll sie sonst sein? Ich. 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 Das. Ich habe es nicht nötig, meine alten Sch- Ich bevor- Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Äh. Das strahlt schon genug. Kriegen wir es vielleicht. Ich habe es nicht, meine alten Sch- Hä? Willst du mich verarschen? Nee.